Einen wunderschönen guten Morgen für Apple Music. Da gibt es einige Alternative, nennen wir sie mal Skins im App Store. Software, die den Streaming-Dienst nutzt, aber so eine komplett eigene App drumherum baut. Mavis ist hier durchaus populär, aber es ist auch umfangreich und deshalb vielleicht ein wenig abschreckend. Eben drum nehmen wir uns heute mal die Zeit für so eine Art Intro. Ein Intro, das zeigt, warum eine andere Sicht auf eure Apple Music Bibliothek besser sein kann. 3. 6.